Hallo ihr Lieben, dies wird eine neue Folge. Ich habe ja schon von den Bogen gesprochen. Da hinten sollen sie rein und da werde ich heute beigehen. Ich bin auf der Ecke beim Tomatenkasten bei und mache da ja Erde weg, Erde frei, Unkraut raus und die Erde wird dann da hinten landen und ihr werdet mich begleiten. Schaut selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik So, während ich da drüben weiterbottel, wollte ich nochmal was zur Lupine sagen. Und zwar wurde mir das dann nach dem letzten Video gleich zugetragen. Das Ding ist giftig, bitte nicht probieren, nicht dran naschen. Blätter, Blüten, wie auch immer, ganz viel Gift. Die Lupine, die zum Süßen von Speisen, Eis zum Beispiel, auch andere Gerichte verwendet wird, ist eine bestimmte gezüchtete Art. Und deswegen Finger weg von den ganzen. Das sind immer nur spezielle Arten, also die findet ihr nicht direkt im Garten. Zurück zu mir. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.